Dieses Video wird dir präsentiert von Legalexo. Mit spannenden Erklärvideos, kompakten Übersichten und unterhaltsamen Lernspielen hilft dir Legalexo dabei, dich komplett stressfrei auf deine nächste Juraklausur vorzubereiten. Klicke jetzt auf den Link in der Beschreibung und registriere dich kostenlos. Na, hast du Lust auf einen Witz? Also, Fritzchen geht zu seiner Lehrerin und sagt, Frau Lehrerin, kann ich eigentlich für etwas bestraft werden, das ich gar nicht getan habe? Nee, natürlich nicht, Fritzchen. Ach Gott sei Dank, ich habe nämlich meine Hausaufgaben nicht gemacht. Und dieser schlechte Witz wirft tatsächlich eine interessante Frage auf. Kann man dafür bestraft werden, dass man etwas nicht getan hat? Wie das juristisch ist, schauen wir uns in diesem Video an. Viel Spaß! Den Normalfall, den wir uns ganz am Anfang angesehen haben, ist das vorsätzliche, vollendete Begehungsdelikt. Betonung liegt hier auf Begehungsdelikt. Der Täter wird dafür bestraft, dass er eine Handlung durch aktives Tun begeht. Beispiel, T schießt auf O, O stirbt. Der Schuss ist die Handlung. Und dafür wird der Täter bestraft. Den Problemfall, den wir uns in diesem Video anschauen wollen, ist das Unterlassungsdelikt. Beim Unterlassungsdelikt wirst du nicht dafür bestraft, dass du etwas Verbotenes getan hast, sondern du wirst dafür bestraft, dass du etwas unterlassen hast, was du hättest tun sollen. Beispiel, T sieht wie O am Ertrinken ist. Und weil T und O sich nicht mögen, unterlässt es der T, den O zu retten. Und dieses Unterlassen wird ihm dann strafrechtlich vorgeworfen. Das StGB kennt zwei Arten von Unterlassungsdelikten. Zum einen gibt es sogenannte echte Unterlassungsdelikte. Bei echten Unterlassungsdelikten steht das Unterlassen schon im Tatbestand. Zum Beispiel § 138, die Nichtanzeige geplanter Straftaten. Wenn du zum Beispiel erfährst, dass dein Nachbar einen Mord plant, dann musst du das der Polizei melden. Unterlässt du das, machst du dich strafbar. Echte Unterlassungsdelikte kannst du niemals durch Positives tun, sondern immer nur durch Unterlassen verwirklichen. Daneben gibt es sogenannte unechte Unterlassungsdelikte. Das sind eigentlich Begehungsdelikte, die nur über eine besondere Norm, nämlich § 13, zu einem Unterlassungsdelikt umgeformt werden. Beispiel, § 212 ist ein Begehungsdelikt. Normalerweise verwirklichst du das Delikt, wenn du jemanden erschießt, erschlägst oder niederstehst. Also durch ein aktives Handeln. Aber es gibt ja auch eine Möglichkeit, jemanden durch Unterlassen umzubringen. Zum Beispiel, wenn die Mutter ihr Kind verhungern oder ertrinken lässt. Diese unechten Unterlassungsdelikte, das ist das, was wichtig wird für deine Klausur und deshalb schauen wir uns jetzt an, wie man damit in einer Klausur umgeht. Wir starten mit einem Fall. Die Mutter T sieht, wie ihr Kind O zu ertrinken droht. Weil das Kind ihr eine Last geworden ist, unterlässt sie es, O zu retten, obwohl es ihr möglich gewesen wäre. O stirbt. Fallfrage, Strafbarkeit der T nach den § 212 Absatz 1 und 13 StGB. 212 kennen wir, aber wie prüfen wir das Ganze in der Kombination mit 13? Wie immer prüfen wir in drei Schritten Tatbestand, Rechtswidrigkeit und Schuld. Die größten Besonderheiten sind im objektiven Tatbestand. Und dann gibt es noch zwei Kleinigkeiten bei der Rechtswidrigkeit und der Schuld. Wir starten mit dem objektiven Tatbestand und einem Blick in § 13. Wer es unterlässt, einen Erfolg abzuwenden, der zum Tatbestand eines Strafgesetzes gehört, ist nach diesem Gesetz nur dann strafbar, wenn er rechtlich dafür einzustehen hat, dass der Erfolg nicht eintritt und wenn das Unterlassen der Verwirklichung des gesetzlichen Tatbestandes durch ein Tun entspricht. Genau wie im Normalfall startest du den objektiven Tatbestand mit dem Taterfolg. In unserem Fall ist O, also ein anderer Mensch, gestorben. Das ist unproblematisch. Als zweites prüfst du normalerweise die Tathandlung. Aber das ergibt hier ja gar keinen Sinn. Deshalb prüfst du statt der Tathandlung das Unterlassen trotz Möglichkeit. Der Täter muss eine Handlung, die ihm möglich war, unterlassen haben. In unserem Fall hätte die Mutter ihr Kind vor dem Ertrinken retten können, hat das aber unterlassen. Wie genau man eine Handlung von einem Unterlassen abgrenzt, das schauen wir uns im nächsten Video an. Wir machen weiter mit der Kausalität. Auch hier eine kleine Besonderheit. Im Normalfall macht man das ja mit der Konditiosene-Quanon-Formel. Aber die passt beim Unterlassungsdelikt nicht. Warum? Weil wir ja bei dieser Formel eine Handlung wegdenken. Aber hier haben wir gar keine Handlung, die wir wegdenken können. Wie man das mit der Kausalität beim unechten Unterlassungsdelikt macht, das schauen wir uns ebenfalls in einem eigenen Video an. Nach der Kausalität prüfst du die objektive Zurechnung. Hier ist alles wie immer, hier gibt es keine Besonderheiten. Besonders wird dann aber wieder Voraussetzung Nummer 5, die Garantenstellung. Nicht jeder Mensch kann Täter eines unechten Unterlassungsdelikts sein, sondern nur solche Menschen, die, nach § 13, rechtlich dafür einzustehen haben, dass der Erfolg nicht eintritt. Und das ist immer dann der Fall, wenn der Täter eine sogenannte Garantenstellung hat. In unserem Beispiel hat die Mutter eine Garantenstellung gegenüber ihrem Kind und muss dafür sorgen, dass dem Kind nichts passiert. Sie kann also bestraft werden wegen Totschlags durch Unterlassen. Wenn das Ganze aber jetzt an einem Badesee stattfindet, ein Fußgänger geht vorbei, der steht in keinerlei Beziehung zu dem Kind und der sieht, dass dieses Kind ertrinkt, macht aber nichts, dann macht er sich nicht wegen Totschlags durch Unterlassen strafbar, weil er keine Garantenstellung hat. Er macht sich nur strafbar wegen eines echten Unterlassungsdelikts, und zwar unterlassene Hilfeleistung nach § 323c. Wann jemand eine Garantenstellung hat und wann nicht, das schauen wir uns auch noch in einem eigenen Video an. Und so prüfst du den objektiven Tatbestand bei einem unechten Unterlassungsdelikt. Im subjektiven Tatbestand gibt es keine Besonderheiten, die nächste Besonderheit gibt es erst wieder bei der Rechtswidrigkeit. Grundsätzlich sind hier alle Rechtfertigungsgründe anwendbar, die du auch im Normalfall prüfst. Es gibt aber zusätzlich noch einen Rechtfertigungsgrund extra für das Unterlassungsdelikt, das ist die sogenannte rechtfertigende Pflichtenkollision. Angenommen, unsere Mutter aus dem Fall am Anfang hat zwei Kinder im Badesee, die beide ertrinken würden. Sie kann aber nur eins retten, das andere muss sie ertrinken lassen. Macht sie sich jetzt strafbar? Die Antwort erfährst du in einem eigenen Video. Wir machen weiter mit der Schuld und hier ist auch wieder grundsätzlich alles wie immer. Es gibt aber noch einen zusätzlichen Entschuldigungsgrund, die Unzumutbarkeit normgemäßen Verhaltens. Es geht um die Frage, können wir es dem Täter tatsächlich zumuten, die Handlung, die von ihm verlangt wird, durchzuführen. Und die Handlung ist für den Garanten immer dann unzumutbar, wenn außergewöhnliche Umstände vorliegen. Das, was du hier machen musst, ist eine Art Abwägung. Auf der einen Seite stehen die eigenen Interessen des Täters, die er gefährdet, wenn er so handelt, wie es von ihm verlangt wird. Auf der anderen Seite stehen die Verletzungen, die eintreten, wenn er nicht handelt. Beispiel. T steht vor einem brennenden Haus und in diesem Haus befindet sich zum einen seine Mutter und zum anderen seine Freundin, die er bald heiraten will. T rettet seine Freundin, seine Mutter stirbt. T erfüllt bezüglich seiner Mutter den Tatbestand eines Totschlags durch Unterlassen. Die rechtfertigende Pflichtenkollision greift auch nicht ein, aber auf der Ebene der Schuld stellen wir fest, dem T ist es unzumutbar, seine Mutter zu retten und seine Freundin sterben zu lassen. Also ist er entschuldigt und straflos. Wunderbar, damit sind wir durch mit dem Überblick und können zusammenfassen. Wir haben uns mit den Besonderheiten beim unechten Unterlassungsdelikt beschäftigt. Das heißt deshalb unecht, weil es eigentlich ein Begehrungsdelikt ist, das durch § 13 zu einem Unterlassungsdelikt umgeformt wird. Die wichtigsten Besonderheiten findest du im objektiven Tatbestand. Erstens gibt es keine Tathandlung, sondern ein Unterlassen. Der Täter muss eine Handlung, die ihm möglich war, unterlassen haben. Zweitens prüfst du die Kausalität ein wenig anders. Weil wir keine Handlung haben, die wir wegdenken können, passt die Konditiosine-Quannon-Formel nicht. Und drittens, nicht jeder Mensch kann Täter eines unechten Unterlassungsdelikts sein. Bei dem Täter muss es sich um einen sogenannten Garanten handeln. Er muss also eine Garantenstellung innehaben. Das war der erste Überblick. Diese drei Besonderheiten werden wir uns noch in einem eigenen Video ansehen. Wir sehen uns dort. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Dieses Video wurde dir präsentiert von LegalExo. Klicke jetzt auf den Link in der Beschreibung und registriere dich kostenlos.